Herzlich Willkommen zum Trailer des E-Learnings Compliance und Korruption. Mein Name ist Helma Quentmeyer. Ich habe 20 Jahre in der Rechtsabteilung gearbeitet, davon 12 Jahre als Compliance-Managerin und Beauftragte für das Unternehmen. Compliance ist für mich ein tägliches Thema bis heute. Compliance ist eine Leidenschaft, Compliance ist lebbar. Und ich bin Trainerin, gerade speziell für die Themen Compliance, Korruption und unterstütze Unternehmen dabei, legal compliant zu sein. Ich möchte Sie in diesem E-Learning ein bisschen in die Welt der Compliance entführen. Ich möchte Ihnen die Compliance-Grundlagen aufzeigen. Wo kommt Compliance her? Was bedeutet Compliance auch für Sie? Es geht um Corporate Compliance und Unternehmens- Compliance. Das Insider-Recht wird Ihnen näher gebracht. Brauche ich das Insider-Recht wirklich für meine Arbeit. Ist das für mich relevant? Was bedeutet Korruption? Was ist der Unterschied zur Wirtschaftskriminalität? Und wie wird eine Compliance-Organisation aufgebaut? Gerade in der heutigen Zeit, wo es mehr als 11.000 Vorschriften gibt, bei denen es nur um Compliance geht, und die Vorstände, Geschäftsführer, aber auch der Compliance Officer effektiv und effizient von den Mitarbeitern unterstützt werden müssen, ist es wichtiger denn je, sich das Wissen über Compliance, Korruption und Wirtschaftskriminalität anzueignen, um als rechte Hand des Compliance Officers, des Rechtsanwalts oder des Vorstands auch wirklich unterstützend mitarbeiten zu können. Compliance bedeutet Schadensabwehr. Compliance bedeutet Wettbewerbsvorteil. Compliance muss lebbar gemacht werden und Compliance ist gerade für Sie, die dieses E-Learning mit mir gemeinsam durchleben, wichtig für Ihre tägliche Arbeit und kann Sie unterstützen, noch effektiver, noch besser zu werden und einfach die Person im Unternehmen zu sein, die immer der erste Ansprechpartner zu dem Thema sein wird. Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse geweckt und würde mich freuen, wenn wir uns im E-Learning wiedersehen, um gemeinsam die Reise durch Compliance zusammen zu begehen. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen. Vielen Dank.